Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum letzten Adventskalender-Türchen hier auf dem Kanal. Ja, war eine lange Reise, war auch wieder richtig, richtig ordentlich zu tun. Und ja, die Leute, die hier nochmal gehofft haben, mich vor der Kamera zu sehen, die muss ich leider enttäuschen. Auch ich habe leider sehr viele weihnachtliche Verpflichtungen. Weihnachtliche Verpflichtungen, hört sich toll an. Aber ja, auch ich bin unterwegs, ich muss zur Familie natürlich. Die wollten mich jetzt auch mal sehen, haben sie gesagt. Nicht immer nur das Internet. Aber ja, war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich finde, der Dezember, wir hatten viele Livestreams, viel passiert, viele neue Sachen. Und wir haben natürlich viele, viele, viele Sachen geplant, auch fürs nächste Jahr. Und ja, hier, um nochmal so ein bisschen den Jahresabschluss zu machen, wie immer klassisch. Eine kleine Verlosung hier am Ende mit Games Island. Und nochmal, einfach um Danke zu sagen, nochmal ein bisschen die Weihnachtsstimmung anzukurbeln. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall heute einen sehr angenehmen Tag. Und ja, die Leute, die gar kein Weihnachten feiern, einfach einen angenehmen, freien Tag wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ja, also wer denn Bock hat, ich habe nochmal mit Games Island gesprochen. Und genau wie bei der Nikolausverlosung, da konnten ja einige nicht beim Streamen dabei sein. Deswegen hier jetzt nochmal die Verlosung auf YouTube für alle. Ich habe nochmal, passend zur Weihnachtszeit, drei Holiday Giftboxen. Also, die Boxen finde ich ja wirklich, wirklich, wirklich gut. Es sind ein paar Booster drin, da kann man die Sachen später drin sortieren. Geile Kartentrenner. Ich dachte, da habt ihr wahrscheinlich nochmal Bock drauf. Und ja, da kriegen dann nochmal drei Leute eine Holiday Giftbox zugeschickt. Ja, was müsst ihr wieder machen? Ich bin ja jetzt erstmal für dieses Jahr erstmal ein bisschen von der Bildschwäche verschwunden, bis ich dann im neuen Jahr wieder für euch da bin. Und ihr könnt hier bis zum 31.12. inklusive einen Kommentar unter diesem Video hier lassen. Es wird immer nur eine Stimme pro Person gezählt. Ja, das Ganze wird wie immer per Zufallsgenerator entschieden. Und ja, dreimal eine Holiday Giftbox für euch. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und ja, ihr dürft gerne nochmal Feedback hier lassen, wie ihr den Kalender fandet, was ihr gerne im nächsten Jahr mehr sehen wollt. Ich versuche ja immer, möglichst eure Wünsche zu erfüllen. Aber ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, was denn jetzt alles noch so ist. Ich habe es versucht, im Adventskalender ein bisschen umzusetzen. Wir haben recht wenig über Commander geredet, gebe ich zu. Da muss ich mal schauen, ob man da vielleicht noch was machen kann. Aber ich habe versucht, wieder Building on a Budget zu machen. Die Top 8 Listen weiß ich, dass die immer sehr beliebt sind. Gerade auch im BRB, so Tribe Decks habe ich nochmal versucht umzusetzen. Natürlich weiß ich, Real Life Gameplays sind unglaublich beliebt. Da werde ich natürlich auch mit Kai demnächst wieder neue Sachen für euch bringen. Die Livestreams gehen natürlich weiter im neuen Jahr. In der Regel immer sonntags werde ich das machen. Ich versuche dann natürlich auch so einen festen Plan reinzukriegen. Das denke ich dann auch für alle angenehmer. Und ja, lasst ruhig einfach mal einen Kommentar da, was ihr vielleicht euch noch, ja, was ihr als Video in der Zukunft sehen möchtet. Dann habt ihr auch gleichzeitig hier quasi das Kommentar gelassen für die Verlosung. Und ja, wäre ganz cool, wenn ich da nochmal ein paar Tipps von euch kriege. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch angenehme Feiertage, angenehme freie Tage oder auch Ferien an alle Schüler, die zuschauen. Und ja, genießt die freie Zeit. Ich werde das Gleiche tun. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, in diesem Sinne erstmal frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis demnächst. Ciao. 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 Vielen Dank.